Hallo und herzlich willkommen zurück zu Crash Landing mit dem Dallokarat. Ja ja, hallo. Hallo, hallo. So, ich hab nen Plan, ich hab nen ultimativen Plan. Du hast gegoogelt, wenn nicht. Nein, ich habe gedeihofft. War das so das Wasser rausgeholt? Äh, gar nicht, oder? Hab ich das? Musst du, da ist nix drin. Ja, hab ich. Aber ich wollte noch die Lava rausholen. Ach genau, lass das sein, das ist zu gefährlich und wir machen uns unsere eigene Lava, ich hab nen Plan. Ich hab sie. Vorsicht. Ich hab sie. Achso, okay. Weil ich einmal Profi bin. Dann geh mal her. So. Ich mach nur das Feuer schnell aus. Mit meiner Faust. Oh Gott. Kein Problem für mich. Tee ist sogar noch ein Lava-Becken. Guck, wir haben zwei Lava-Beckellen. Krass. Das kann dann nicht ausbrechen, oder? Weil das ein höher ist. Ist das richtig? Ja, ich glaub schon. Das ist gut, so. Kannst du mal nach vorne ein bisschen begerade gehen, dann bereich ich nämlich jetzt noch meinen tollen Plan vor. Dann feuerst du in der Hand. Ne, ne Schaufel. Ein Feuerzeug. Ein, ein, ein Pyroman-Zombie. Wir laufen noch mehr von denen rum. Im Graben. Mal gucken, ob ich das jetzt so cool hinkriege, wie ich hoffe, dass ich das hin... Doch, ich hoffe, denke, dass ich das, ähm... Ah, ne, wir brauchen Steine. Ich brauche erstmal... Okay, Moment, stopp, halt. Stopp, halt. Ich brauche später eine Tinkers Construct Schaufel. Das ist ganz wichtig. Ja. Ich habe Enderplant Seeds. Wollen wir irgendwelche Seeds? Alle, die wir kriegen können. Was suchst du hier? Ähm, ich suche nur einen Fleck für den Cobblestone-Generator. Wie schnell kommen wir an so eine Schaufel dran? Relativ schnell. Also, ähm, aus Knochen kannst du hier schnell eine bauen. Die auch länger hält. Mhm. Weil ich brauche unbedingt eine... Der Graben hier dauert länger und ich will den ein bisschen anders machen. Ja. 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 Okay, so. Komm zum Generator haben wir schon mal. Also zumindest die eine Hälfte davon. Lava hast du da auch bekommen. So, aber jetzt kann ich bald unser... unser Wasserproblem wenigstens ein bisschen in Grenzen halten. Also ein bisschen voranbringen. Okay. Ich überlege gerade, wie ich dann cleversten anstelle. Ähm. Ach so, soll ich... willst du die Schaufel selber machen oder soll ich dir die bauen? Wenn du das eben machen kannst, ich baue gerade noch Sand ab. Okay. Hast du noch Holz? Ich habe gar kein Holz. Okay. Okay. Ja. Nee, es bricht trotzdem aus. Leider. Ja, ist nicht so schlimm, weil dann bauen wir ja... Nee, jetzt ist es weg. Hä? Was? Die Lavaquelle ist weg. Ach so, dann war das nur ein Ausfluss davon. Mhm. Wahrscheinlich. Sozusagen abgebrannt. Mhm. Ähm. Ist nicht schlimm. Das kriegen wir alles geregelt. Denn ich habe einen Plan. Du weißt aber nicht, ob du den wegen von Black Green? Hast du die Schaufel? Ich bin noch nicht so weit. Ach so. Was haben wir denn hier? Äh, Waterbottle. Ich brauche mein Camelpack wieder füllen. Ach, das schau ich mir. Mit der Faust muss ich das gar nicht machen. Dafür brauche ich viel zu lang. Wollen wir diesmal leeres Glas und so? Ähm, ich glaube in der Kiste hier vorne. Ich brauche mehr Holz ganz dringend. Mein Lava Bucket hast du noch, ne? Nein, den habe ich zum Cobblestone Generator gemacht. Aber der ist da. Wieso was brauchst du? Ist der Cobblestone Generator auch fertig? Nein. Was fehlt? Äh, die Automatisierung. Die, die, die Transfer Node. Aber dafür, also du brauchst erstmal deine blöde Schaufel. Dann kümmere ich mich und meinen Rest. Weil ich auch erstmal Cobblestone brauche. Und ich brauche sowieso, glaube ich, meine Spitzhackel. Und die Questwifel weitermachen. Ich will endlich die blöden, äh, Autonomous Aktivatoren haben. Was können wir denn davon machen? Kochen. Krupps. Sollen wir mal Stein für? Haben wir gerade noch irgendwas zu essen? Bestimmt. Ich habe noch Monster Jerky. Oh oh. Passen. Wir haben nichts zu essen. Kann das sein? Doch. Ich hatte Monster Jerky. Monster Jerky habe ich nicht mehr. Das bringt bei mir auch leider nichts mehr. Ach so, dann, dann gibts wieder her. Weil dann kriegst du einen Apfelsaft. Was mit dem Beef Jerky? Ist das ein Unterschied? Ich weiß gar nicht, was ich da gerade gegessen habe. Denkt dann. Das macht ein halbes Herz, wenn ich anknabber. Das ist gut. Ein halbes? Ja, ja. Das ist doch normal, oder nicht? Das ist voll wenig. Ja, ja klar. Es ist alles wenig hier. Nee, irgendwas anderes hat mich fast voll geheilt. Das Toast, glaube ich. Ja, ja. Das ist ja was anderes. So, jetzt lass mich konzentrieren. Ich weiß nicht mehr, was ich machen wollte. Was wollte ich mir jetzt machen? Meine Axt. Äh, meine Schaufel. Aber jetzt ist eh nachts. Toll gemacht. Super. Ist übrigens immer noch nicht sicher. Ich brauche eine Schaufel. Mhm. Oh. Bobby war schon drauf, einer. Super. Eieieiei. Eieiei. Das ist alles reingestellt, den Sonnenschirm. Ja, ja. Stühle und so, falls es regnet, alle reingeholt. Alles da, ja. Was kam da jetzt raus? Ein ganzes Huhn? Nee. Ein ganzes Huhn. Das wäre cool. War im Sand eingesperrt. Mhm. Was war das für ein Sound? Die Toolstation. Wie lange hält die Schaufel? Was denkst du, wie viel Sand kann man damit wegmachen? Das wirst du sehen, wenn du draufklickst und, äh, Schiff gerückt hältst. Ja. Ja. Meine hat eine Haltbarkeit von 200, meine Spitzsacke. Also, schon ein bisschen was, also mehr als die Holzschaufel. Ja. 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 Ich habe gerade alle hier. Ja. 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 Ich kaufe jetzt, Alter. Das dauert mir zu lange mit den Entscheidungen hier. So, ich mache jetzt auch mal aus den Cold Water Bottles normale Water Bottles, weil das einfach viel mehr bringt, wenn man die ins Camel Pack tut, als wenn man sie so trinkt. Ja, meine Zuschauer, wenn ich Freunde sich endlich mal Tipps beherzige und sie wünschen sich das so sehr, dass wir immer in die Stadt gehen. Aber ich glaube, das machen wir erst, wenn wir hier halbwegs sicher sind und vor allem vernünftige Wasser dabei haben. Was muss ich jetzt auf die Schaufel halten, damit ich sehen kann, wie viel die abbauen kann? Mining Speed 4 und dann 100, Durability 200. Ja, 200 ist doch gut. Scheiße, ich brauche Holz. Jetzt kann man nicht schön nach draußen gucken. Oh, da hinten steht irgendwas ganz Angryes. Oh, oh, Schlauchsehen. Wenn ich nach Norden gucke, da ist das so ein rotes Gesicht, so ein, ist das ein Creeper oder was soll das sein? So ein Enderman. Ein Angry Enderman. Angry. Hey, wenn ich... Moment. Haben wir schon eine Möglichkeit Holz zu bekommen, was wir zum Bauen verwenden können? Noch nicht, aber sobald ich einen Cobblestone Generator habe, kannst du Cobblestone benutzen. Das dauert nicht mehr so. Ja, dieses Ding, ja. Ich brauche nur noch Holz für ne Kiste und dann kann's losgehen. Und für nen Barrel. Nachtmachinne. Pass und Heimer? Äh, noch fünf Minuten. Okay. War die schneller die Spille? Eine kleine. Okay. Erstmal ne Runde chillen hier. Und sonst so. Die Animation ist so doof. Doof ist doof. Ich find's lustig. Gut. Wissen Sie das doch? Ihm.. Ein Bett können wir uns nicht bauen, oder? Aus Strings? Ähhhhhhh. Aber wir haben momentan kein Holz gar. Da haben wir auch kaum Strings, oder? Mh, das auch. Ja. Dann kann man die Nacht überspringen. Jaja, stimmt. Besser wär das mal? sagen ich meine orangensaft hast du getrunken nein ich habe jerky's gegessen aber hier ist schon eine weile herrschen getrunken oder weil habe ich hunger und ein hummer ich brauche noch mal steine mann ich will nicht weg gehen ich bin ganz nervös hier habe ich jetzt mit er mein inventar wenn man kann sein inventar auch so sortieren mit er ja so steht das nirgends weiß ich nicht was wollen wir eigentlich für die quests noch gucken was haben wir genau in quest offen steinhammer kommt ja gleich dann mortal mixing bowl juicer und das sind erstmal die die wir haben okay dann mache ich da was zu essen hat man nicht schon ein juicer gemacht gehabt aha und wie soll ich dann den apfelsaft getrunken haben wenn wir noch gar keinen juicer hatten aha keine ahnung das orangen sagt mir schon eine weile her eigentlich in einer neuen welt wo du mit den sterben wolltest hast dich umgebracht eiskalt wird es schon wieder hell das problem ist ich kann da nichts machen ich habe nur drei essensbalken du denn gar nichts mehr oder kannst du aus dem ich nehme das beef jerky ja aber ist es nur wenn es noch mal bringt das bringt viel jetzt jetzt ist es weggebackt er hat mir das andere aus der hand geklaut ich habe nur eins gegessen dann zeigt es mir an wie viel mir das zweite noch bringen würde dann ist es weg oh mein gott japan ist jetzt auch zu ende okay wir sehen uns beim nächsten mal wieder und hier wird beef jerky geklaut bis zum nächsten mal schaut mal bei schiebe vorbei und tschüss tschüss